Moin moin und willkommen zurück zu Kettwas 2 mit dem DigiGamer. Hallo. Hallo. Leute, komparti. Hallihallo. Und wir den Fakto. So. Wir sind hier in dem Büro supfen und wollen eine Rätsel lösen. Aber zum warm werden, klöppeln wir hier ein bisschen. Auf die Leute drauf. Ihr wart eine Weile weg. Oh, ein Scheibbrot. Nein. Lasst uns einfach diese Zeilen öffnen. Ich muss erstmal den Kopf freikriegen. Ihr ist zu Eisbrot geworden. Haltet ihr ihn auf? Wir halten uns schon auf. Alles gut. Er ist so schnell aufgehalten, er wusste nicht mal, dass er sich bewegen will. Im nächsten Lager müssen wir das genau so machen. So. Und jetzt folgen wir mal. Ich weiß nicht. Wenn ich wieder weg bin. Wenn ich wieder weg bin. Wenn ich wieder weg bin. Ihr darfst doch mal raus. Ja. So. Warten Schluss. Das sind jetzt drei Rätsel quasi. Also zwei Rätsel zu machen und dann hat man das dritte sozusagen. Gratis. Okay. Das öffnet hier mal die Tür. Dann kann man weiter. Mhm. So. Hier hat man das rechts und links. Wartet mal ganz kurz. Nur zum Verständnis. Nur zum Verständnis. Nur zum Verständnis. Muss jeder selber? Weil ich sehe die Lichter nicht. Wo die. Jeder muss das selber machen. Ja gut. Dann muss ich nochmal zu. Okay. Nur das Tor öffnen. Das ist egal. Das kann jeder. Da. Und dann muss ich dem Licht hier folgen. Oder was? Du musst quasi den Weg hier. Jetzt hier runter. Sascha. Was hast du gemacht? Weg? Sascha. Ja. Ja. Da musst du gucken. Ich kann nichts machen. Okay. Das ist ein bisschen komischer Weg. Aber. Ich werde dich wiederbeleben. Und einfach da durch. Und halt. Ich kann jetzt noch eine Schlammenschale anmachen. Dann da wo ich jetzt bin. Ja. Erstmal hole ich hier ein paar. Spideys. Achso. Du kämpfst gegen die. Ah. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte. Das macht man so. Ja. Man kann das so machen. So. Und da ist jetzt die Flammschale. Die. Aber die kann ich jetzt nicht aktivieren. Ja. Weil du die da vorne nicht hast. Ach. Da ist noch eine Flammschale. Du musst hier hochlaufen. Da ist ein Spiegel. Okay. Ja. 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 Den sehe ich. Ja. Den muss ich drehen. Wie seid ihr denn da hochgekommen. Wenn ich fragen darf. Äh. Für ganz dumme. Ich bin hier unten. Und an den Weg kommen. Treppe hoch. B Treppe. Warte. 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 Ich versuche. Ich bleib hier stehen bis der. Hier. Hier. Kannst du mich holen? Äh. Haben wir? Okay. So hier. So hier gehts links. So mal kurz. Ach das nur Treppe. Okay. Die anderen beiden kommen gerade. Genau. Wir sehen Gott sei Dank. Du hast den Spiegel schon gedreht. Ich hab den Spiegel gedreht. Ich hab den Spiegel gedreht. Ja. Dann müssen wir. Da ich das Tor. Äh. Schluß aufgemacht habe. Achso. Müsstet die Truhe für euch auch schon da sein. Dann. Also hier oben drauf. Einfach oben drüber. Dann. Ja. Einfach oben bleiben. Das sind ja so genügend Balken. Und Wege. Okay. Ja. Ich bin dabei. Vielleicht war ich ja zu langsam. Da war es. Nein. Da ist keine. Keine Geschwindigkeit dabei. Okay. Das einzig wichtige ist halt, dass man dann. Dass das eigentlich da ankommen ist. Oh. Was? Schön. Die hab ich. Die hab ich nicht. Die hab ich nicht. Wieso hab ich die nicht nochmal machen. Dann musst du hier den Raben aktivieren. Und dann den Spiegel aktivieren. Ich kann ja hier stehen bleiben. Und sobald der Spiegel aktiviert ist. Auch da hinten. Wo du vorhin warst. Also mir wurde die Truhe nicht angezeigt. Aber ich konnte sie öffnen. Okay. Achso. Genau vor mir. Ach doch. Da ist ne Truhe. Da siehst du. Da siehst du. Alles klar. Okay. Hab ich. Okay. Die habt ihr alle versteckt. Jetzt das andere Rätsel. Das zweite. Sehr schön. Das ist hier. Das ist das gleiche. Aha. Einmal hin und aktivieren. Dann sehen wir eine Norm-Truhe. Die hilft's auch immer. Immer quatschen drinnen. Wenn die Kinder brauchen. Dann hier runter. Runter oder oben bleiben. Dann runter. Dann werde ich mal folgen. Statt zu kämpfen. Äh. Warum? Du spürst die Wut. Ausstehen. Ich komme. Danke. Na komm. Dann hauen wir jetzt die. Oh, der Dicke hat die alle weggemacht. Warte. Ja. Eine Truhe. Jetzt müssen wir wieder zurück. Achso. Ach. Echt? Da ist er. Ne. Ich bin falsch gelaufen. Achso. Dann muss man hier zu der Treppe kommen. Achso. Dann bin ich ganz schön. Wer ist denn hier? Wer ist denn jetzt hier? Und da ist Spiegelchen. Den dreht man wieder nicht. Okay. Hier hoch. Den muss man wohl dreimal drehen. Das sieht man eigentlich immer ganz gut, bis der das Licht und wohin strahlt wieder. So. Und dann wieder hier oben. Und ich öffne das Rahmenschluss dann, damit alles schön durchfliegt. Ah. Geh mal weg, die Gefährte. So. Dann muss hier die zweite Truhe sein und in der Mitte, das große Teil, das ist die dritte Truhe. Jo. Jetzt sind auch keine kleine Zwerge davor, die das alles verstecken. Wen nennst du jetzt Zwerg? Äh, weiß ich nicht. Will ich dir auch geraten haben. Oh. Prächtig. Sehr schön. Das Labyrinth erhellen. Ist auch ein Nacken dran. Sehr schön. Und jetzt kann man hier wieder rausgehen und dann gehen wir zum nächsten Rätsel. So wäre... Aber wo seid ihr alles drin? Äh, durch ein Tor. So ein Portal. Ja genau. So, wo kann man jetzt noch hin? Äh. Äh. Mithril. Oder es habt ihr schon abgeerntet. Obwohl ich müsste auch. Hab ich schon. Hab ich schon. Hab ich schon. Als erstes. Mach, mach, mach. Ist ja klar. Siehst du, Felshöhen gibt's ja auch Mithril. Also auch bei einem. Also mit dem Ding irgendwo. Ohne Truhe müsste hier irgendwo sein. Ja genau, hier ist ne kleine Truhe. Ja. Wachsam. Mit 10 Grad. Keins vorhanden. Na gut. Das hört nicht immer. So. So sind wir. Waren wir da jetzt alle drin? Ja. 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 Waren wir sie den fetten Krieger retten. Es ist kein Krieger. Ein Wiedergänger bitteschön ne. Hab ich schon keine Ahnung von. Wie, hier gibt's mehr als Waldi und Krieger? Ja. Natürlich. Was hast du denn gedacht? Ich werde euch zerbrechen. Na dann. So. 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 Jetzt kann ich wieder in die Trumme looten. Ja. So. Da unten ist eine Truhe. Außerdem ist da auch ein Lichtregel. Das können wir auch nochmal machen. Lichträtsel. Wo. So. Erstmal die Truhe. Achso. Zuerst die Barriere holen. Das ist praktischer. Wir diese beiden Barrieren streiten. Das wollen wir eh. Dann kann man hier mal die Truhe holen. Wo seid ihr? Und? Wo ist hier? Ach da. Da ist. Bist du. So. Das seht ihr hier Spiegel. Aber die Ding. Das fängt sehr mal. Oh. Sieht ihr selbst mal raus? Ein Spinner. Ich glaube es zählt hier hinten an. Ich muss selbst jetzt gucken. Wo das beginnt. Ich glaube das habe ich selber noch nicht. Ja. Ja hier beginnt's. Woher hau' ihn nicht. reinkommen es kommt auch noch ein schneesturm ist das schlimm diese kugel diese rettungskugel der spiegel scheint ja nichts zu bringen er musste noch drehen so wahrscheinlich nichts das macht bing oder kontos ist es ist mein teilwerk mein schutz dann ist es eigentlich gehen wo ist das auch da unten wenn ich jetzt kein bing gehört habe gehen wir mal kurz zurück hier so und jetzt jetzt hört es aber hier unten bei mir auf ja man muss dann vorher diesen müllhaufen wegräumen habe ich gerade gesehen habe ich gesehen so jetzt müssen wir gucken wo es weiter geht ja das geht hier hier und da ist dann wieder so ein spiegel und auch den dreimal drinnen ne viermal ach jetzt ach gott da hochkommen ne ich will nicht eigentlich nicht in der käfer aber ich hole mir mal kurz den schutz hier ist das nervig so nochmal so jetzt hier unten jetzt unten dieser spiegel der muss wahrscheinlich in den Raum links zwei oh ja drei und genau da oben ist der ja ding jungen geil hat ich noch nicht geil direkt daneben ist der Rabentor wo man nach oben kommt bequem ne nice schweinend ist das nicht ganz richtig ach da unten ja 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 so also ich mir mal noch das Blattdor mal die kiste looten war dann das Rätsel oder mhm ok mhm 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 ohne le Kin oh mhm 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 am mhm 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 CHRISTIE genau dann geht das runter zudem ist dann einfach dass er wieder nach jetzt sehe ich aber kein licht mehr wahrscheinlich muss es wieder aktivieren ja muss noch mal anfangen und dann und der rest bleibt ja die spiegel sonst die musste eventuell neutral das hängt die setzen sich irgendwann zurück aber da die sowieso nicht richtig ausgerichtet hat ist weil seine war nur vom geröll und zwar das entscheidende das hier stimmt der hat sich jetzt gesetzt arschloch spiegel so und jetzt muss ich noch mal das geröll wegräumen das muss man auch mehrmals machen und dann müsstest du sehen wo das dinge hingeht zum nächsten spiegel so und dann geht das erst so nach hinten genau das geht auch hoch dann da so und dann ist dieses tor hier und da eine truhe die kruhe ist dann oben wenn es das dämpel ist erstmal kurz die graben hier dieser kleine schiss der dann noch umläuft so auch gemacht sehr schön dann habe ich das hier auch ich bin draußen beim kämpfen aber das spielt glaube ich keine rolle ok die anderen sind wieso habt ihr das äh das was warte 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 das wackelt brauche ich immer so hin das karmische ermächtigung her kam ich die nicht da hast du ja nicht gekauft bei dem magiehändler bei dem magiehändler na gleich am anfang boah scheiße der händler der so in diesem Fall karmakar auch hier an der Stelle wirst du pro kill hier deine zusätzliches kammer bekommst oder ich bin wieso tot alles klar so jetzt gucken wir mal wo ich weiter ob nie wir können warte wo seid ihr denn wenn ich mir jetzt ein wir können mal nach links der weg man lange gehen und von dort oben ganz oben nach Nordwesten in der Nordwest-Ege der Karte ja also linke Wegmarke und dann Nordwest-Ege der Karte auch so ein schön langes hier machen wir erstmal einen Cut und sehen uns gleich wieder bis denn Tschüss, tschüss.